Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute für das Spiel Dark Knights. Ich werde erst mal Start um Folge 3 machen und jetzt müssen wir leider noch mal ein paar Sekunden warten. So wie immer. Und werde das Spiel starten. Start. Gut. Und da sind wir. Store Blinked. Bump Store haben wir. Okay. Hier ist eine 2. Ach ja. Meine Charaktere. Zack. Und 1. Wer ist drinne? 3 Sterne. Vanilla. Vanilla haben wir schon. Und wer ist hier drinne? Weißverschluss auf sie. Und. Da. 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 Melanta. Melanta. Ich glaube. Die haben wir auch schon. Da bin ich mir nicht ganz sicher jetzt bei Melanta. mach ich einfach so schau was kommt ok operator da ist Vanilla die wir schon haben die können wir jetzt nicht benutzen die neue die wir gekriegt haben die können wir benutzen um um das hier weiter auszubauen dann hast du eine 5 ja drinnen jawohl zack perfekt und Melanta die mir nichts sagt haben wir auch schon auch die schon bei 5 dann geht es jetzt vor 6 weiter ich glaube wie 6 ging es auch gar nicht ne wir haben doch hier welche die sind die epischen haben gar nicht so einen Teil ja ach so danach sind sie glaub ich auch eh bestanden also der siebte obwohl geht das auch nicht ah ich hab noch nicht mal den ersten deswegen okay schau mal schnell Melanta die ist auch voll groß und Beaches ist auch voll Beaches Beaches und wie auch immer Himbisku ist voll naja egal 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 Dailies das ist was wir heute machen zumindest bis wir alles voll haben hier dann fangen wir mal an hier ein stets und okay eine mission also mission eine stage wer auf base da oh wir gehen mal lieber in der base rein dann erstmal was anderes hier sind nämlich drei bisschen schlecht gelaunt wir haben eine 1 steht da schön eine 5 und eine 3 jetzt gibt es auch die 6 ganze ein ist ich du w Und fertig. Verschließen, okay und dann geht es hier von vor los, eins, drei, drei und vier. Dann ging das hier weg, ach so. Okay. 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 unda Gut, dann haben wir jetzt so hier. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, und hier haben wir zwei Stück, eins, zwei, drei, der arbeitet schon, oder? Ja, eins, zwei, drei, Soll ich den auch mal, der arbeitet? Arbeitet die nicht auch? Ne, gut, die arbeitet nicht. Manila, arbeitet, arbeitet. Und an 1,2,3,4,5 ich brauchte noch einen Erholungsraum, ich hab so viele Leute die sind schlecht gelaunt in der Arbeit nee 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 so ich arbeite wieder an ganz normal man kann nicht da runter ich glaub da muss ich Ohm ausbauen nochmal was gucken ah nee warte es war doch hier gewesen ich brauch diese Kisten aber ich hab diese Teile nicht zu einem Mist ja okay es gibt ja 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 Oh Canceled 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 dann sind wir hier mit fertig Missionen haben wir auch schon vier Stück abgeschlossen und da kommt das Ende von mir gut dann bleiben wir jetzt bei der Stage clear any stage on time am besten wäre es wenn ich die Stage habe wo ich die einen komischen Viecher kriege die ich brauche die waren glaube ich hier drin da sind die aber das ist so schwer für mich nicht weiter Mist Ärgerlich da haben wir fertig zwei haben wir fertig wir sind bei Part 3 ich probiere den hier mal ich meine den schaffe ich nicht aber man kann sich hier immer wieder Irren okay ich bin ein ich bin ein ich bin ein ein ich bin ein ein Das war's für heute. Ich glaub das waren die 3, die nicht mehr Geld geben. Nein, nicht den, den nicht. Die Heiler. Geld, gut. Die Heiler. Ich will die Heiler. Oh. Der muss wieder weg. Soll er erstmal ein bisschen weiter schießen, bis der Jöder da ist. Der muss wieder weg. Soll er erstmal ein bisschen weiter schießen, bis der Jöder da ist. Soll er das noch ein bisschen weiter schießen, bis der Jöder da ist. Also noch eine Erleitung. Das war's für heute. Aja, 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 aja. Ah, ja, so durch. Nein. Und, ach. Ah, wusste ich doch, ich schaffe es nicht. das war einfach, ich brauch den anderen. Nee 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 nee. So soll ich dann diesen nehmen. Auto. Start. jetzt spielt der computer für mich das geht allerdings nur da wo ich schon drei sterne habe aber ich verstehe es auch nicht ganz manchmal geht das bei dem dann geht es wieder nicht es ist noch nicht es ist noch nicht Puts es ist es ist es ist es 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 ist es 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 die ein bisschen fertig ok jetzt 3 stages klären Wir zurück, also sind die normalen Parts, da hänge ich bei 3 fest, zeige ich jetzt auf dieser Position. 25, Elite, Elite 1, Level 25, Level 40, meine Leute sind Level, nochmal zurück, Squads, 30, und dann auch nicht mehr Elite, normale Level 30er, ja, also, den könnte ich schaffen, der wird schwer, habe ich auch nur mit zwei Stellen geschafft. Was haben wir hier, Level 1, starten wir doch mal. Okay. Okay. Oh. 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 Ich habe noch zwei. Ich kann noch vier bauen, bauen lassen sich an, vier positionieren. Ich schieße bis dahin, drei Felder oben, vier Felder unten. Dann nehme ich den hier auf. Ich schieße, ich schieße, ich schieße. Zubi. Levis 20 würde ich auch schaffen aber ich brauche eine andere Gruppe. Oh, machen wir trotzdem. Verteidiger. Luft. Umbenennen. Umbenennen. Luft. Gut. Eins, zwei, eins, zwei. Ich greife da auch in der Luft an. Magier. Ja. Der nicht, der beschwört oder unterstützt. Pullt jetzt gerade auch in der Luft angegriffen. Der nicht. Ja. Wie soll ich jetzt kommen? Ja. Du bist. Du bist. Ja. Ja. Du bist. Du bist. Ja. Die Idee ist. Mal hier wieder. Ja. 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 Da kommen die raus. die 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 Oh nein Ah gut Oh Ok, noch zwei. Einer ist durchgekommen, zwei Mist. Ach, das ist doch noch gekriegt. Das war Heiler. Das war Heiler. Hm. Zwei Stellen, du Schimmel. Und. Und. Loll. Nur Leute für den Boden unten. Aber da weiß ich es nicht. Doch, ist verloren. Egal. Trotzdem Dank ist auch für die Hilfe. Und. Das war's für heute. ... ... ... ... ... ... Ah, das ist so langsam. Ansonsten für die Behandlung! Ich habe keine Behandlung für die Behandlung. Ich bin fertig. Hast du die Behandlung für die Behandlung? Es gibt keine Menschen, oder? Ach ja... Ah, ich muss noch ein wenig schießen. Highlaton. Es ist ein Schmutz. Es ist eine Schmutzung. Bitte schau mal auf! 40 wird vorgeschlagen mein mann zu wenig schaden so ein bisschen was haben wir hier noch und hier 40 machen wir den hier einmal 40 40 40 Ach, ja. Go, go, go. Ich glaube, der Computer schafft hier 160 oder irgendwie so, oh, 190 war das, 400 kommt, 40 haben wir schon, 40, 42. Oh, okay. Oh, okay. Ja, da kann man schon zuschauen immer, bisschen langweilig. Oh. 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 So. Das war glaube ich gerade die dritte Runde schon, oder? Ja, 3 Stages Unterstützung gekriegt Und jetzt muss ich 5 Stages klären Habe ich schon 2, oder 3, oder? 4, eine noch Ok Eine Sage Ne, die gibt hier nichts Ich habe hier 3 Sterne, Automatik geht, 3 Sterne, aber hier geht kein Automatik 3 Sterne, Automatik 3 Sterne, Automatik Hier geht kein Automatik Erst mit dem Buch Wie ich sehe, geht das nicht mit Automatik Ok Hier habe ich nur 2 Sterne Bist du nicht mehr ganz Ach, warum? Ich habe nur 2 Sterne Hä, ich habe nur 2 Sterne Okay Ok. Acht. So. Der Erste ist da. Der Zweite ist da. Brauchen wir noch nicht. Brauchen wir nicht. Einen Heiler brauchen wir. Das muss reichen. Und gleich brauchen wir einen Flieger. Einen Flieger. Achso. Nicht einen Flieger sondern einer der die Flugzeuge abschießt. Das sind wir hier auch noch. Ach ich bin da. Oh. Einer durch. Er muss gekriegt. Zwei. Einer ist durch. Hä? Nochmal. Ich schau nochmal von vorne an. Wegen die drei Sterne. Da. Zwei Sterne. Das gibt es doch nicht. Ist einer durchgekommen. Ist einer durchgekommen. Das kann doch nicht sein. Ja. Ja. Du siehst. Du siehst. Du siehst. Du siehst. Nummer eins. Nummer zwei. Vorher unten kam ja keiner. Ja. Habe ich hier hineingestellt. Ach egal. Ist ja nur Raum am Feld. Und hier für die Drohnen. Und es geht. Du siehst. Du siehst. Du siehst. Okay. 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 Jetzt haben wir auch 5, äh, 5 Sterne. 3 Sterne. Ah, da waren auch nur 2. Hm. By no 6. Okay. Okay. Gleiches Nahus, nur dies war von oben und unten. Okay. 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 Das war gut! Okay! so sieht das auch gut aus um und in und in der Mitte dann für Luft allerdings nur jeweils von Boden um und unten eine Verteidigung aber ich denke mal das ist schon komplett 3 Sterne so Dankeschön das war 06 jetzt kommt 05 07 06 09 auch da gibt es doch nicht ok schauen wir ok erstmal unten aber den da hin denn da hin ja 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 alle sind an bord alle stehen da kann ich auch kein Autostart benutzen, weil da habe ich jetzt einen Freund benutzt der Autostart geht nicht irgendein Freund benutzt wahrscheinlich habe ich deswegen die paar Sachen wo ich kein Autostart nehmen kann wie hier habe ich bestimmt auch einen Freund benutzt einer der mich geholfen hat erst mal schauen wir ich habe gesehen bei ein paar zwei habe ich auch noch nicht mal überall drei Sterne ok noch drei Siege fehlen mir 400 Minions ok wo ist der Shop ich soll was kaufen store kaufen mag ich doch gerne den haben wir schon den brauchen wir nicht den habe ich nicht aber so viele Punkte habe ich auch nicht ach das sind 180 habe ich auch nicht ja da Skills brauche ich auch nicht 5 Level das war was free das war was free aber zu naja muss nur was in Store kaufen muss nur was in store kaufen was kauf ich denn hier was brauche ich denn eigentlich nichts Aber fast kein Geld mehr. Ich bin pleite. Ein Ticket gekauft. Operator. Ein Operator Upgrade. Doch war ich nicht Operator. Mein Stärkster. Kann ich Upgraden. Also die Fähigkeit. Kann ich auch nicht Upgraden. Auf Level 2 Upgraden. Das Upgrade meinen Sie nicht? Auf Level wahrscheinlich. 30er. Kommt jetzt die hier dran. 10er. 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 11er. 11er. oder noch eine Ressource Views benutzen wir Ressource 3 das kann man auch mit den Upgraden verbinden ich glaube die haben wir gerade abgegradet genau die Waffe auch abgegradet ne das zählt nicht als Ressourcen benutzen wie viel habe ich von den Karten davon brauche ich 6000 habe ich nicht also ich hatte 9 jetzt habe ich nur noch 8 Plum hmm ... 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 Okay. Let's go. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen warten. Und eine Wirklichkeit. Das ist kein Problem. Nicht, ich breit andersrum. Egal. Und ich rechte die Verlust. Auf eine Bedeutung. Um, ich da will aber nicht daten, wer ist das? Egal. Ja, wir müssen dem Anstrengen. Das war überhaupt nicht. Wir müssen keine Hälfte anstrengen, damit wir nicht in Ordnung zu verlieren. Wir müssen die Hälfte des Hälfte anstrengen. Jetzt bin ich. Werden wir los. Restort, um. Oh, viele Hunde? Ist Papagei was? Einer durch? Meine Güte. Waren die Hunde aber schnell. Waren die Hunde? Waren die Hunde? Ja, sonst krieg ich gleich kein Geld mehr. Waren die Hunde? 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 Super, super, super. Damit habe ich jetzt auch die letzte Mission fertig. So, dann war es das für heute. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.